Komm her. Ich küsse keine fremden Männer. Hast du Kinder? Nein. Möchtest du welche? Ja, aber nicht heute. Warum ist das Scheißsex so wichtig? Weil ich so ein verschissener Ölmensch bin! Machst du es dir, während er dich fickt? Ja. Und er? Mein Gott, er wird tun alles, was Menschen tun, die Sex miteinander haben. Du wichst ihn, ja? Und manchmal bläst er aus seinen Schwanz. Ja. Du magst seinen Schwanz. Ja, ich liebe ihn. Und magst du es auch, wenn er dir im Gesicht kommt? Ja. Und wie schmeckt der? Der schmeckt wie du. Nur süßer! Ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Jetzt verpiss dich und verreck, du verschissene Fotze. Ja. Und du wichst. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020